Ja ne ich will jetzt mein Deckeres aus, aber Start. Ok, so hallo und aller herzlich willkommen heute zu einer kleinen Runde Payday 2. Mit dabei ist der Biggest Master. Hallo. Wir spielen der Elefant Kunstgriff auf Overkill. Wer es nicht weiß, eine 3 Tage Mission. Ich weiß noch nicht ob ich die zusammen hochlade oder ob ich die dreimal einzeln hochlade, weil eigentlich gehört es ja zusammen. Egal. Wir haben einen 6%igen Boost hier glaube ich auf die Erfahrung oder aufs Geld, ich weiß es nicht. Erfahrung meine ich. Willst du ein Stealth Deck nehmen? Das bringt es ja am meisten. Ich habe einen Techniker. Nimm das wo du 2 ECMs hast. Ja, ok, dann nehme ich mein Stealth Deck. So, kann ich das übrigens nur verbessern? Könnte es, aber ich mache das nicht in der Aufnahme. Interagieren. Ja, das hier mache ich nochmal. Das könnte vielleicht nochmal helfen. Weißt du was ich als Sekundär nehme? Diese huge Schrotflinte dieser Community Gegenstand mit Schalldämpfer. Okay. Macht hier 4 Schuss auf einmal, aber killt halt sofort. Ist halt praktisch. Hm, lol. So, jetzt geht es um das wahre. Ja. Noch dein ECM? Luca? Äh, ja im Moment. Wir müssen 2 haben. Ja. So. Wir brauchen eigentlich nur einen, aber es sicher ist. Äh, ich muss gerade überlegen. Ausrüstung passt. Ich könnte auch mal das AK5-Gewehr oder das AMR-16 nehmen. Nimm mal das AK5. Jetzt mal in die Vorausplanung kommen. So, jawoll. Ich komme in die Vorausplanung. Ist das denn? Ja, das ist der normale. Ok. Alles klar. Das ist eine normale Kunstgalerie, nur dass wir jetzt Bilder des Senators klauen müssen. Also, ein bisschen anders. Sind ja alle Dachfenster offen. Muss man halt nur selber aufschließen. Man muss nur gucken, wo man nicht stirbt, wenn man runterspringt. Wollt ihr... Wollen wir einen hohen Dachzugang für einen Truck? Eine hohe Truck gewährt Zugang fürs Dach, oder? Weiß ich nicht. Ein Insider versteckt eine Schlüsselkarte. Ich guck gerade mal. Wollen wir eine Schlüsselkarte? Oder? Ja, ich glaube, eine Schlüsselkarte ist, glaube ich, nicht schlecht. Wie sicher ist sie? Aber wir haben doch unseren ECM. Das brauchen wir auch. Ich glaube schon, dass wir nicht einen Einstiegspunkt brauchen. Und einen Dachzugang brauchen wir auch. Das Einzige, was praktisch ist... Das ist ja diese Leiter. Wir haben eine Treppe, ne? Kamerazugang, würde ich sagen. Wir haben eine Treppe, ne? Da brauchen wir eigentlich keinen Dachzugang. Das wäre ja Quatsch. Einen Einstiegspunkt brauchen wir aber. In welcher Halle? Halle A, Halle B, Halle C. D. Okay. Okay. Ich hätte den jetzt auch selber gekauft, aber... Sonst noch was? Kamerazugang haben wir? Nicht. Ne. Brauchen wir nicht. Leichensäcke? Wie viele hast du? Zwei. Zwei. Ich habe auch zwei. Okay. Da sind keine Zivilisten. Sollte passen dann. Ich habe jetzt einfach mal hier das AK5-gewehr... Wie komme ich immer auf Vermaß? Ich habe jetzt einfach mal das AK5-gewehr genommen, obwohl das einfach mal drei Dinge ins Meer hat. Drei. Auffälligkeit. Mal Leichensäcke noch gekauft. Okay. Ja, sicher, sicher, ne? Es kann auch sein, dass wir es jetzt verkacken beim ersten Anlauf. Wir wissen es nicht. Wir können nicht für nichts garantieren halt. Aber es macht halt... Es ist halt umso spannender, umso mehr wir es eigentlich... Okay, doll. Du bist noch immer der Typ. Ich bin ja ein hässlicher Typ. Okay. Ähm. Warum hast du ein Laser? Ich habe ein Flashlight. Wir gehen außen hoch. Hier, der Security-Raum. Ist hier? Okay. Wenn er da ist, ist gut. Hier in der Mitte läuft manchmal eine Wache lang. Ganz selten. Nur aber ist passiert. Ja, diese Mission habe ich schon mal versucht alleine Stave zu spielen. Das ist schwierig. Habe ich geschafft. Ja? Overkill. In den Security-Room. Den sollten wir uns direkt eigentlich holen. Ja, sollten wir. Security-Guard. Da ist eine Wache. Da ist eine Wache. Du ihn dir holen, oder soll ich? Äh... Welchen? Den zieht du? Weil einer markiert hier gleich oben. Wir haben doch keine Karte, oder? Was? Wir haben keine Karte, oder? Ah, jetzt sie haben Störsender. Okay. Hat sich hier übrigt. Ein Wachmann. Ein Wachmann. Durch diese Gemälde da, die da sind, kann man halt gut rumschauen. Ja, hier rein ist ein bisschen Selbstmord. Ja, hier siehst du, hier rechts, da ist doch diese Plane. Ja, da wollte ich rein. Da ist noch eine Wache. Hier sollten wir halt so möglichst viele töten, wie wir können. Vier halt. Also drei. Einer ist ja am Security-Room. Ja, an der Rezeption sollten wir eigentlich lassen. Warum ist hier hinten? Hier, guck mal, wo ich bin. Hier ist keine einzige Wache. Die marschieren alle grad bei uns hier hinten. Ja. Wir müssen auf jeden Fall warten, bis es ruhiger ist. Sonst hat das Ganze hier keinen Sinn. Och. Hier, die hier, die auf keinen Fall töten, die ich grad markiert habe. Nee, die ist, die ist useless, wenn du die tötest. Ganz so einfach. Ja, ja, ist ja gut. Ui, das war knapp. Ja. Die ECM, der dauert sieben Sekunden oder so zum Setzen. Oder? Fünf. So. Das machen die ganzen Wachen hier drüben. Ja, ja, ist ja... Ja, ich kann ja mal hier... Ich lauf mal zur gegenüberliegenden Seite und versuch mal ein paar zu markieren. Da wird kaum wer sein, glaube ich. Ich sehe... Ein. Ja. Ein. Links daneben ist ein zweiter. Hier ist... Jetzt gehen sie. Jetzt sind sie alle drüben. Ja, der nächste kommt aber schon rum. Ich kann hier noch nicht. Er geht jetzt runter von uns beiden. Kommen die hier rüber zu mir? Ja. Stört das den, wenn das Fenster hier oben offen ist? Ja. Ich hoffe mal nicht. Er ist weg, aber er ist hier. Warte mal, können wir da nicht auch durch die Tür gehen? Ui. Links unten ist eine Wache. Wir können auch hier runterspringen. Hier ist ziemlich stark bewacht. Ja, wir müssen nur zum Security Room. Ja, nur ist halt ziemlich... Warum sind hier so viele Wachen? Das ist schlimmer als die Pest. Die Gemälde, die verstecken wir dann im Toilettenraum, ne? Ja. Das ist schlimmer als die Pest hier. Neues Update. Jetzt kann ich durch. Soll ich runter? Ich kann hier runter. Soll ich? Ups. Geile Sache. Kommen wir hier runter. Geiler Scheiß, Basti. Sind wir beide drin? Easy. Danke, Freund. Da ist was drüben. Äh, easy verkackt. Hm. Ah. Ah, Massaker. Mach mal Vot für Neustart. Kann ich das? Escape. Scheiße. Massaker. Ich bin da einfach reingefallen. Oh, mutwilliger... Mutwilliger Selbstmord war das. Äh, jetzt ist alles wieder raus, ne? Das wird gelegt werden. Das wird gelegt werden. Das wird gelegt werden. So, ich hab jetzt mal die Schlüsselkarte geholt, ne? Ja, ja, nimm. Was hast du... Hast du Leichensäcke geholt? Ja. Oh. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay. Äh, das war alles, ne? Ja, doch, im Dunkeln würde ich echt lieber die Waffe haben. Komm. Second try. Okay, Leute. Ich hab jetzt die Karte geholt. Die können wir eben schnell benutzen. Dann müssen wir einfach nur hinlaufen und reinstecken. Geil. Schnell geht das. Geile Sachen. Geile Sachen. Ist das hier die Karte? Ja, da liegt sie. Guck. Oh, da unten? Ja, ist man hier. Hast du so? Ja, ne? Du hast die Karte. Oder? Hast du die Karte? Die Karte liegt da noch. Ja, die liegt auch da unten. Warte, ich hole sie. Willst du sie holen? Ey, die holen wir uns gleich einfach. Wir jumpen da rechts runter. Lass uns die doch jetzt holen. Ey, du löst Alarm aus. Das weißt du, wenn du da durchgehst. Was? Seit wann ist das denn? Guck doch mal neben die Tür. Löst man da nicht Alarm aus? N-nicht, dass ich wüsste. Also, normal nicht. Kann sein, dass das jetzt ge- Warte. Oh, ist aus. Doch, ich glaub du- Das könnte sein, dass du- Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht, oder? Äh. Soweit ich weiß, immer wenn ich Kunstgalerie gespielt hab? Wollt schon sagen. Wollt schon sagen. Nimmst du sie? Hab sie! Hab sie! So richtig dumm. Du treu. Lass den, lass die mal lieber. Wir müssen nur in den Raum hier vor uns kommen. Richtig? Nur hier hochgehen und mir die Wachen markieren? Ja, warte. Mach das. Ich seh das nicht. Ja, ich bin auf dem Weg. Scheiße! Hopp, hopp, hopp. Ein bisschen schneller bitte, Junge. Okay. Momentan. Guck mal runter. Geiler Scheiß. Scheiße. Nice. Wenn wir das jetzt schaffen, ne? Bitte, 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 bitte. Sag die eine und wirf sie rein. Sag die eine und wirf sie rein. Sag die eine und wirf sie rein. Guck! Ich hab hier... Ah, komm rum. Okay, keine Kamera kann uns hier zerwischen. Jetzt darfst du kein... Wir haben jetzt alle vier Pager. Alter! Nein, nicht entdecken lassen. Bitte. Lass sie mich doch nicht, ich bekomme nur rein. Du darfst auch niemanden mehr reinlocken. Gibt's Kaffee und Kuchen? Nein. Was? Noch mehr Security? Ja. Nicht noch mehr. Ich glaube es hacket. Cola. Backfisch. Schade, das Gemälde ist nicht das, was wir suchen. Weil wenn ich gegen die Wand schieße. Sache ist halt, wenn wir jetzt einen... Schau dir das mal an. Great. Loi. Damit one-shotest du einfach jeden. Sechs Schüsse macht. Okay, ich würde sagen, wir holen uns jetzt die Gemälde. Tu die am besten hier rein. Wenn du es schaffst, dann die Toilette. Die ist ziemlich gefährlich. Ich kann sie auch schon zum Wagen bringen. Ja, bringen sie direkt zum Wagen. Sicher ist sicher. Ich meine jetzt. Jetzt geht's ja eigentlich schnell. Ja gut, den schwierigsten Teil haben wir vermutlich jetzt geschafft, da hinzukommen. Achtung, da kommt vielleicht was zu dir. Ich weiß es nicht. Ey, hier geht nichts. Leute, hier ist eine Wache draußen. Alter, nein. Leck mich. Wachen ECR. Wollt drei Gemälde. Auch noch ein Gemälde. Oh, ist das? Ich finde kein Gemälde. Wow. Kein. Ich hab noch eins. Eins fehlt uns. Eins kriegen wir noch, oder? Eins kriegen wir auf jeden Fall. So hat sich eine Wache gesehen. Die ist einfach hier draußen. Da hast du auch gesehen, wo die gelegen hat. Die kamen aus dem Nix. Nein. Hast du sie? Hast du noch eins? Ich hab eins. Die sind aber alle abgeriegelt, die Gemälde. Ja, das dauert jetzt noch. Das dauert jetzt drei Minuten, deswegen. Okay, das könnte sein, dass wir es vielleicht nicht schaffen. Lass mal nicht aus. Wir suchen uns jetzt die Gemälde raus. Wo sind denn die? Woran sieht man... Taser! Drinnen ist eins. Komm mit. Wir gehen jetzt in den Security Room. Besser. Alter, ich bin geflasht. Komm rein. Ja, ich bin geflasht. Ich seh nichts. Halt. Hier siehst du die Zeit. Wow. Warum läuft der Wachmann da draußen rum, frage ich mich. Warum hast du dich entdecken lassen, frage ich mich. Ich frage mich, warum sieht man den auch nicht? Verbrauch nicht deine Munition. Wir schießen alle ab, die hier reinkommen. Ja, wir lassen die da vorne einfach machen. Die haben ja unendlich Schuss. Oh, nicht schon wieder. Du auf Todesmüll steckst. Habe ich eine Granate geworfen? Ja, hast du. Ich wollte auf R drücken, zum Nachladen drücken. Interessant. Wie man so die Tasten verwechseln kann. Ich hätte die Munition gegönnt. Das ist die nächste Wave-Masse für mich. Für meine Munition. Drei Minuten. Er hat immer noch drei. Du hast dich erwischt lassen. Der Typ hat mich nur gesehen. Schild. Lass es durchgucken. Knall du ab, der. Siehst du meine Ecke hier? Die haben eine schussigere Weste, ne? Kannst du da nur auf... Bulldose machen. Scheiße. Jetzt wird's sattig. One-Shot das Ding nicht. Nimm das One-Shot-Ding. Ich hab einfach meine ganzen Granaten jetzt reingehauen. Scheiße. Ohloll. Kann doch nichts machen. Aber mir wird aufgeholfen. Ja, auch. Ich versuche jetzt noch mit meiner Pistole zu arbeiten. Stell dich hinter die Ecke. Stell... Ich hab keinen Schuss mehr. Dem Moment, wo das Schild zu mir steht, geht der nach. Los, lauf durch. Ne, das steht noch ein bisschen was. Komm zurück, komm zurück. Werde ich wieder hinter die Ecke. Hab'n Schild. Ja, aber wie meinst du, wie das gleich wird, wenn der Polizei vorstoßen? Ist doch gerade. Ja, aber wenn wir rausgehen. Ja. Ja, wir gehen einfach nur dann raus, wenn keiner ist. Bist du gethasert? Ey. Killing, killing. 60 Sekunden. So, jetzt ist gerade keiner mehr. Ja, ich hab' auch keine Munizie. Komm. Wir gucken jetzt, wo die, wo die, äh, milde sind. Wir beide können zwei kriegen. Hier. Das, warte, das ist weg. Hier ist eins. Merkt ihr das? Ja. Hier. Das nimmst du dann. Hier ist noch eins auf der Rückseite. Ja. Die beiden. Ja, wir beide nehmen eins, dann haben wir vier. Ja. Schau mal, wie viele hier ist. Äh, da kommt ein Kommando rein. Bei, wir könnten noch zwei mehr, aber das schaffen wir nicht. Hier kommt ein Kommando rein, ne? Ja, lass wieder an den Raum gehen. Ja, das blockiert uns den Weg zum Raum, das Kommando. Ich laufe einfach. Bin schon da. Ja, jetzt könnten wir los. Nee, warten wir lieber auf der Typ da, der Chains stirbt zwar, aber. Lass mir dann die nächste Munitionsladung dort. Jo. Ich hab noch vier. Städt, Taser. Bin da. Bin da. Alter, die kriegen wir ordentlich auf der Eier. Die hat gerade reingehauen. Wie weh? Die lasse ich. Was? Ach, mei. Die haben ordentlich Schaden gemacht. Mit dem Flashlight kann man ganz gut gegen den Rauch, den sie werfen, arbeiten. Ja, ich hab halt... Ich höre, glaube ich, einen Taser. Ja. Nee, einen Shield. Nee, Bulldozer. Alter. Auf jeden Fall irgendein Spezial-Scheiß. Du musst warten, bis der Vorschuss zu Ende ist. Oder wir laufen einfach. Oder wir laufen einfach. Komm, hol dir an. Okay, ich hab dir hingelegt. No. Wo bist du hin? Hier hinten. Kommst du mit? Kommst du mit? Komm. Scheiße. Zurück, zurück, zurück. Da ist dieser Wagen mit der MG. Okay, das ist doof. Schaffen wir das dadurch? Wir müssen rennen. Ach, nee. Ja. Geil. Hier. Ich lauf raus. Weißt du, was kommt? Sniper, pass auf. Die One-Shot. Ab ein. Oder das Ding one-Shottet mich. Du musst es ja nur einer schaffen. Nein, wir brauchen vier Gemälde. Er hilft mir auf. Wir schaffen das. Ah, nein. Dieses Sniper. Wir sind da rein. Wir sind da rein. Da liegt... Von mir dürfte da noch der Kasten liegen. Nein, Cloaker. Das ist so knapp. Doch weg. Doch weg. Doch weg. Jetzt mach dir doch Plugshades. Will der mich verarschen? Hilf mir jetzt. Geil. Was? 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 Wirft das letzte Gemälde rein. Nein. Leck mich. Nein. Nein, das ist so knapp. Nein. Nee. Wie wäre es, wenn du... Nicht. Der ist so doof. Was macht der da? Bitte. Ruf ihn mal. Ruf ihn mal mit F, bitte. Ja, er hilft mir gerade auf. Aber ich bin tot, oder? Nee. Du musst... Jetzt wirf mit G rein. Wirf es mit G. Ich hab's drin. Ehrlich. Hast du's drin? Ruf ihn mit F. Ruf ihn mit... Ich raste hier gerade aus. Komm jetzt. Komm her, du. Och nein. Chance. Komm schon. Lauf rein. Lauf rein. Lauf hinter den Wagen. Jetzt. Lauf. Lauf, lauf. Lauf. Ja. Alter, Alter. Ich war gerade schon auf Knien. Ich saß auf meinem Stuhl drauf, weil's so spannend war. So ein Arsch. Dieser Sniper, ne? Machst du weiter? Ja. Alter. Das war gerade so... Dieser Klokanne, er fesselt mich. Ich lauf hin, werf das Ding rein. Er fesselt mich wieder. So, was ist der zweite Tag? Zu Kandel. Nimm mal deine stärkste Rüstung, die du hast. Also ist es laut? Ja, das wird jetzt laut. Alles klar.